Verdammt! Jetzt habe ich weder einen Tod noch die Entscheidung durch Zufall. Es ist blind, daher lass mal in die Falle gehen. Kann ich den ganzen Weg nochmal gehen? Nein. Quack, 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 quack. Ja, dass das so ein Fall ist, war aber schon ziemlich offensichtlich. Lass dich auf den Dämpfen treiben wie ein Falke. Ja, Drogen. Lass dich auf den Dämpfen mitfliegen, Alice. Alles ist wunderbar. Niemand wird dir einleiten zu tun. Ah, doch, jemand ist da, der leit mag. Der leit mag. Tschüss. Ah, tschüss. Hater! Und tschüss, ab in die Lava. Klopp. Das war das Ableben eines Haters. Eines Hotters. Dies ist eine böse Hotter. Bessis. Dies vernichtet. Tschüss. Hör auf so zu schreien. Das ist nicht gut für deine Stimmwände. Da. Siehste? Der explodiert dir noch der Kopf. Lass dich treiben. Schauen wir mal weiter. So. Lass dich treiben. Wie ein Falke. Wie ein Falke. Genau. Kann ich das Spiel damit jetzt wieder austricksen? Kann ich das Spiel damit jetzt wieder austricksen? Ein weiterer Versuch. Yay. Yay. Pöp, 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 pöp. Der hat uns ja schließlich auch getragen. Ach so. Und ich wundere mich gerade schon, warum der Hater nichts macht. Wow. Weil der noch einen Bruder hat. Darum. Tschüss. Wow. Ja. Mit dir ist er auch weg. Ende. Finito. Ha. So. Und dann wären wir jetzt auch schon am Ziel. Geh weg. Ich würde dich ja gern wegschmeißen. Und das hört sich nicht gut an. Das hört sich gerade so nach einem schleimigen Etwas an. So. So. So, das war's jetzt auch erstmal wieder mit der stillen Runde hier. Mein Gott, kann er nicht angehen, dass ich hier die ganze Zeit so wenig rede. Ach, schon wieder so einer. Fuck, weg mit dir. Wow, und da fliegt er über das Kampffeld. So, schön. So. Äh, ich glaube, wir brauchen zwar wieder die Zeitanhalterungsmaschinerie. Ja, die brauchen wir. So ziemlich für jetzt. Bäh! So, das heißt ebenfalls, wir müssen... Ähm, Zeit. Wieso darf ich die Zeit nicht stoppen? Hier, links klick, rechts klick, baller bim, bom, bom. Wieso darf ich das nicht? Irgendwas stimmt da nicht. Hat das Teil eine Cooldown? Oder man wartet einfach. Das ist auch eine Möglichkeit. Oh nein. Joink! Joink! Und nochmal. Joink! Und nochmal. Joink! Hm, hm, hm. Hm? Was? Ich muss... Muss ich da runter? Nee, Quatsch, da hoch. Wie bescheuert bin ich dann? Lass dich... Wie ein Falke auf den Wolken tragen. Ganz sanft und verschwinde hinter den Wänden, damit die Hater des Dicht... Dich nicht mehr sehen können. Dich! So, rätselhafter Wahnsinn. Rätselhaft. Hä? Wieso sind wir hier? Ich hasse Teleporter. Eine Fledermaus. Ein Fledermäuslein. Okay. Karo, Karo, Karo. Ui, ui, ui. Das ist gemein! Von hinten einen den Weg zu versperren. Mein Gott. Yes. Hm, von hier krieg ich grad auch nirgendwo... Ja. Essenz. Meta-Essenz. Wie lässig der da einfach langgegangen ist. Lelelelele. Ich hab ja nix besseres den ganzen Tag zu tun. Lelelelele. Ja, spin that shit. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, round, 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 round. Und ich glaub, diesen Spruch hab ich schon mal in einem LP gebracht. Nur ich weiß gerade nicht, in welchem. Ja, kommt, hör auf. Hm. Oh, die haben dann sogar die Augen zu. Ach, wie schade. Ach, wie schade. Ist auch gespeichert. Geschäfft gamed. Ne? Slides, du bist auch immer so cool hier hin. Ne, ne? Hast keinen Bock mehr. Aha, aber du kommst wieder. Du hast mich vermisst. Ja, ha, Hundi. Komm her. Wah, ja. Es freut sich, mich zu sehen. Gut. Zeit, dass wir ihm etwas zum Spielen da lassen. Ich hasse Hitboxes. Naja, vielleicht hätten wir ihn anlocken können, dachte ich. Aber, nein. Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Gerade funktioniert nichts, wie ich es will. Äh, Double Hit. Und, miese Scheiße. Hm. So, hier sparen wir uns etwas Weg. Und das sparen wir uns mit etwas Leben. Na los, alles schon durchbraten. Ja, genau. So, das ist da und das ist hier. Das ist schön. Also, dort habe ich gerade gesehen, ist ein Einzelner. So. Noch ein Treffer. Oh, nein. Du bist so einer von denen. Na, finde ich. Entschuldigt, diesen Kraftausdruck. Aber ich hasse den. Gehen. So. Na, na. Gut, kein Bock mehr. Da gibt es ja noch eine andere Seite. Schauen wir uns das mal näher an. Ach, da ist er schon. Ja, aber der wird jetzt auch mal kurz einen Prozess erleben. Mit Britzel-Power-Teil. Party. Was? Wieso bist du nicht verbrannt? Jo, Kollege. Alles klar. Ah, endlich. Zumindest hast du ordentlich was für mich. Die Lichter pulsieren. Wo komme ich denn hin? Oh, oh. Das Wasser tötet? Nicht. Oh, aber es gibt ja etwas, was mich elektrisiert. Oh, mein Gott. Ähm, vielen Dank. Gehen wir mal hier lang. Wie ich das gerade viel zu spät gesehen habe. Und wie das jeder Sau egal sein kann. Und wie das gerade viel zu spät gesehen hat. Ha, heftig. Ha, heftig. Na komm. Sterb doch einfach. Na bitte. Hat doch auch was für sich. Sich einfach mal hinzulegen. Und die Waffen senken zu lassen. Und die Waffen senken zu lassen. Sind das wieder die geilen Shuriken-Teile da? Warum so wahrscheinlich ein Shuriken? Die sehen irgendwie aus wie einfach nur so Gummibälle. Äh, ja, keine Bälle. Keine Ahnung, irgendwie so Plastikteile zum Werfen, ne? Ha, ne, haben bestimmt irgendein Werfen. Ach Gott, entschuldigt. Aber das war gerade ein dicker Gähner. Einmal richtig dick Gähner. Und tschüss. Ich glaube, wir kümmern uns uns erst mal hier oberhalb um. Jeden Gegner. Wo kommt ihr denn her? Oh mein Gott. Und gerade fängt das Spiel übelst an zu ruckeln. Und ich sitze sowas von in der Falle. Alles klar, das Spiel ist komisch. So. Aber das dürfte jetzt eigentlich alles hinüber sein. Außer der Rote, der will ja immer jedes Feuer überleben. So. Sag ich zu oft so. Hm. So. Das könnte so sein, ne? Ich muss jetzt auf jeden Fall einen Weg finden. Wie ich unter Wasser ans Ziel komme. Wow. Why you hate me so much. Das ist doch nicht mehr normal. Ich bin bestimmt den falschen Weg gegangen, dass das Spiel jetzt denkt, dass hinter mir der die Gegner spawnen muss. Wir schauen mal im Wasser nach. Wo am I? Oh. 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 Ich hoffe, ich bin richtig. Das sieht ziemlich richtig aus. Juhu. Ähm. Aua. Aua. Luftglas. Oh mein Gott. Na. Meine Güte. Die sind hungrig. Aber hey, das hier sieht nicht mal schlecht aus. So. Können wir uns hier jetzt so ein bisschen orientieren. Ach, oder? Können wir durch die Schildkröte jetzt unter Wasser auch angreifen? Bestimmt können wir das denn deswegen jetzt so. Ich meine etwa zu irgendeinem anderen Sinn. Irgendein andern Zweck hatte das ja irgendwie nicht gehabt. Oh man, diese Fische sind sowas von nervig. Und es war ja nicht nur einer. Nein. Es müssen sehr viele sein. Und hier gibt es dann auch keinen Weg zurück. Das heißt... Gibt es irgendeinen schnelleren Weg noch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt werde ich von so vielen verfolgt. Na, schwimmen. Oh mein Gott, jetzt versagt meine Stimme auch noch. Und tot. Naja. Ich glaube an dieser Stelle... ...werden wir das nächste Mal weitermachen. Nämlich genau hier. Dann speichere ich hier mal. Wenn langsam, kriege ich echt derben Hunger. Und ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal als Aufnahmesession. Genügend. Ich bin Saria P. Wir stecken hier gerade noch in dem komischen Irrgarten fest. Rätsel auf der Wahnsinn. Und dann geht sie das nächste Mal weiter. Bei Let's Play American Mackeys Alice. Immer schön wahnsinnig bleiben. So, das musste sein, da.